Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest auf nach Mondbruch, einzunehmen bei Marshal Krian Starkmantel in Westwall an dieser Stelle. Vor Questwar viel Ärger bin Mondbruch und ab geht die Post. Der Weg ist jetzt ziemlich weit, deshalb mache ich eine kurze Unterbrechung und ich melde mich wieder bei euch, sobald ich in der Nähe bin vom Abkabe-NPC. Also nicht wegschalten, euch wird geholfen. Bis gleich. Da bin ich wieder und hier ist der entsprechende NPC. Entschuldigung, musste nissen. Quest ist abzugeben bei Hauptmann Alpert in Westwall an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so ein Abonnier-Knopf ein. Und in den Kommentaren gibt es noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.